Dahinter steht McGrath. Hinter ihm noch zwei Norweger. Vor ihm dieser zweite Durchgang von Wengen. Manuel Feller greift wieder an. Zweiter war er hier 2019. Sieben Zehntel Guthaben auf dem führenden Ring. Das ist schon eine Nummer. Du kannst nicht verwalten, denn hinten stehen noch zwei. Du kannst nicht erstens das und zweitens hat dieser Noel einen extrem guten Lauf hingezaubert. So, wo ist er jetzt? Hat er gehalten? Da ist er gut gewesen. Hat er ein bisschen aufgestaubt. Übergang. Ja, aber das ist er jetzt sehr gescheit. Das war solide. Genau, hat er gute Linie gefunden. So, nächste rote Linie. Was hat uns die? Zweiterzeiger Zeit, jawohl. 35, hundertstel Guthaben noch. Er muss aber jetzt auch was tun, um die Norweger hinten zu fordern. Die noch kommen. Richtig ist einmal nicht der letzte Übergang. Das hat aber trotzdem gut gemeistert. Nimmt da genügend Tempo mit Kompeten ab. Und jetzt mit Tempo durchs Ziel. 50, 72, geht sich auf. Das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Das geht nicht auf. 44, 100. Manoel Feller wird auf dem Podest landen. Einmal mehr. Was ist das für ein Lieferant, glaube ich. Der letzte Übergang. Der war am Limit, aber perfekt.